Was geht ab Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben und ich habe mal wieder eine Frage bekommen, aber bevor ich mich der Antwort widme, möchte ich euch was zeigen, denn das ist sozusagen mein Valentinstaggeschenk gewesen und ich hätte mir nichts besseres wünschen können. Guckt euch mal diese Tasse an, Star Wars Tasse und ich zeige euch mal. Hier sind natürlich alle Lichtschwerter drauf, die man kennen muss, ja, mit Beschriftung, damit man weiß, zu wem das Lichtschwert gehört und jetzt kommt der Shit, wenn ich jetzt in diese Tasse meinen berühmten Pre-Workout-Caffee rein tue, das dauert ganz kurz, aber nicht lange, zack, seht ihr das? Ist das nicht geil? Also ich finde es richtig geil und die Leute, die mich bei Instagram verfolgen, die haben es auch heute schon in meiner Insta-Story gesehen, also jeden Morgen, wenn ich jetzt mein Käffchen trinke oder vorm Training her, ist die Macht einfach mit mir. Besser kann es nicht laufen. So und jetzt widme ich mich der Frage, denn die Frage war recht simpel und ich gebe euch auch eine sehr simple Antwort dazu. Die Frage war, wann sollte man sich am besten dehnen und dann vorm Training, nach dem Training, wie lange und so weiter und so fort. Und jetzt meine Antwort dazu ist folgende. Der richtige Zeitpunkt, um sich zu dehnen, ist der Moment, wenn es in deinen Kopf kommt, ja, wenn du zu Hause vorm Fernseher sitzt und das Gefühl hast, so, hm, vielleicht sollte ich mich dehnen, dann kommt ganz oft, ja, aber ich bin nicht warm und ich habe ja gestern schon und man darf ja nicht zwei Tage hintereinander, das ist nicht gut für die Muskeln oder, 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 ja. Man hat immer diese eine Stimme im Kopf, die einem erzählt, so, ja, du solltest jetzt dich vielleicht mal ein bisschen dehnen oder trainieren oder was auch immer es sein könnte, ja. Und dann hast du die andere Stimme im Kopf, der innere Schwein im Mund, ja, das ist so ein bisschen wie, kennt ihr das, so Engelchen und Teufelchen, so auf der Schulter. Der eine sagt euch, ja, hier, was du zu tun hast und dann kommt der andere, der euch fünf Sekunden später erzählt, warum du es nicht tun solltest, ja. Und größte Regel, die zweite Stimme, die musst du ignorieren. Wenn die erste Stimme kommt, wenn es heißt, so, ja, ich glaube, ich sollte mich mal dehnen, dann solltest du dich vielleicht auch dehnen, ja. Das kann man natürlich, also, das ist jetzt so ein bisschen, ne, hier meine, meine Philosophie, aber ich finde das wirklich so, denn viele Leute halten sich durch solche Sachen auf und dadurch wird man auch nicht beweglicher. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, man sollte sich vor dem Training dehnen, aber wie sollte man sich vor dem Training dehnen? Vor dem Training sollte man die Muskeln leicht andehnen, es kommt natürlich auch darauf an, was man trainiert. Wenn ihr jetzt boxen geht, braucht ihr vorher keinen Spagat machen, ja, ist natürlich klar. Ja, aber es macht schon Sinn, wenn man sich warm-up-mäßig ein bisschen dehnt, weil dann merkt ihr auch selber so, hm, wo ist meine Grenze, bis wohin kann ich heute und so. Es ist ja auch immer tagesformabhängig. Manchmal habe ich Tage, da kann ich mich einfach in den Spagat setzen und denke so, boah, ich bin ja eigentlich voll beweglich. Manchmal habe ich Tage, da fühle ich mich eingerostet wie eine alte Oma, ja. Also das ist auch, äh, spielt auch noch eine Rolle. Und was ich auch noch sagen wollte dazu, ja, hier zu der Frage, wie lange sollte man eine Dehnposition halten? Ähm, das kann man nicht so einfach beantworten, ja. Und selbst wenn jetzt mir irgendwer eine Studie rauskramt mit so und so vielen Leuten, die da mitgemacht haben und bei 60% der Leute, die hatten eine so und so viel prozentige Steigerung ihrer Flexibilität, wenn sie die Dehnübungen 90 Sekunden gehalten haben und andere hatten noch besser, wenn sie 180 Sekunden gehalten haben oder, 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 ja. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil man kennt meistens nicht die Geschichte, ja, was sind das für Leute, was haben die für eine Schmerzgrenze, was haben sie für einen Hintergrund, was haben sie für Erfahrungen, wie gut kennen die ihren Körper. Und also mit Studien, äh, weiß nicht, mit Studien kann man mich manchmal so ein bisschen jagen, ja. Also, ähm, ich finde, dass die meisten Studien nicht so viel über einen selbst aussagen, weil es kann ja sein, dass du die Ausnahme bist, ja, bei der es nicht so ist, ja. Also grundsätzlich würde ich sagen, halt, Formtraining dehnen macht Sinn nicht zu viel. Denn wenn man sich Formtraining zu viel dehnt, leiert man die Muskulatur aus und dann kannst du deine Muskeln nicht mehr so krass unter Spannung setzen. Zum Beispiel, wenn du Sprünge trainieren möchtest, solltest du dich vorher vielleicht andehnen, aber du solltest vorher nicht statisch dich, äh, 10 Minuten in den Spagat setzen, ja. Das würde keinen Sinn machen, aber leichtes Andehnen ist okay und ist vielleicht auch gut. Ähm, und natürlich nach dem Training, wenn man schön warm ist, wenn man dann seinen Cooldown macht, dann ist Tränen, äh, Tränen, dann ist Dehnen erwünscht und erlaubt, ja. Und da kann man auch gerne ein bisschen länger halten. Und dann gibt es noch die Leute, die einem erzählen wollen, ja, du darfst dich bloß nicht kalt dehnen, ähm, nur die warme Muskulatur darf gedehnt werden. Und, äh, da sage ich auch, also, ich weiß nicht, ich kenne so viele Leute, die wirklich gute Kicks haben, die beweglich sind und die das alles draufhaben. Und ich kenne, die wenigsten machen sich jedes Mal, bevor sie sich leicht stretchen oder andehnen, ähm, die wenigsten machen sich vorher wirklich warm, ja. Also, ich habe da noch keinen gesehen, der gesagt hat, äh, ja, ich würde mich jetzt gern dehnen, aber ich kann nicht, weil ich kalt bin. So, man kann sich auch, man kann sich auch warm dehnen, ja. Man muss halt, es kommt wirklich darauf an, man muss seinen Körper kennenlernen, man muss, äh, wissen die Signale seines Körpers, man muss den Dehnschmerz, ja, den, den, also den Schmerz, den du empfindest, wenn du dich dehnst. Mit dem musst du ein bisschen, äh, rumspielen, ja. Du musst wirklich, äh, deine eigenen Grenzen kennen, du musst wissen, bis wohin kann ich, was tut nur ein bisschen weh, aber wovon kriege ich am nächsten Tag Muskelkater, wovon nicht und so weiter. Also, ich würde sagen, probiert da ein bisschen aus. Und, äh, es gibt nicht diese eine perfekte Anleitung, ja, diese, so geht das und nicht anders, ja. Das, also, in meinen Augen gibt es das nicht, äh, und mit irgendwelchen Studien und so weiter, vielleicht ist es bei dir anders. Wer weiß, wen die da getestet haben. Also, da gibt es so viele Sachen, ähm, die vielleicht nichts mit dir zu tun haben könnten, darum, ähm, der richtige Zeitpunkt, um sich zu dehnen, ist. Wenn es in deinen Kopf kommt, ich sollte mich dehnen, ja, ansonsten vorm Training, nach dem Training natürlich. Und, wenn du dich, du kannst auch alles Mögliche dehnen, ja, wenn du dich zum Beispiel, vorm Fernseher ist eine perfekte Alternative und ich dehne mich oft vorm Fernseher oder so und wenn ich mich dann vorm Fernseher dehne, ich mache mich dann nicht wirklich warm, ja, sondern ich fange halt langsam an, dehne mich so ein bisschen links-rechts, mache dann die Grätsche, ein bisschen links halten, ein bisschen rechts halten und dann so Stück für Stück erweitere ich das, ja. So würde ich mich aber nicht dehnen, jetzt vorm Training, weil das würde wieder weniger Sinn machen. Aber man kann sich auch auf jeden Fall kalt dehnen. Also, für mich ist das ein Mythos, dass man unbedingt warm sein muss, um sich zu dehnen. Zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, 10 Sätze Kniebeugen gemacht hat, auf Maximalkraft oder so, ja, dann seid ihr vielleicht warm, aber das ist auch nicht die beste Möglichkeit, um sich zu dehnen, weil da kannst du ganz leicht mal Peng machen und deine Muskeln reißen. Darum, äh, hört auf euren Körper, das ist meine, meine Antwort dazu, ja. Hör auf deinen Körper, lerne deinen Körper kennen, lerne mit dem Schmerz umzugehen, den Schmerz auszuhalten, du musst wissen, wo kann ich hingehen. Auch einige Leute, ja, sind vielleicht schmerzempfindlich und wenn sie sich dehnen und sie merken so ein kleines Ziepen, dann so, oh Gott, okay, bis da und ich kann nicht weiter, ja. Und andere Leute haben vielleicht ein ganz anderes Schmerzempfinden, die dehnen sich so, oh ja, okay, tut ein bisschen weh, aber ich finde das gut und gehen noch ein bisschen mehr rein und gehen noch ein bisschen mehr in die Dehnung und, 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 ja. Also, äh, ich finde, man kann sowas nicht, äh, für alle Leute gleich beantworten, ja. Ja, das ist das Gleiche wie Ernährungspläne, ja. Ich finde nicht, äh, dass es die eine perfekte Ernährung gibt, die für jeden gleich funktioniert, ja. Das glaube ich nicht, ähm, hat mich auch oft verwirrt in der Vergangenheit, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es ging ja um Dehnen, also, ich würde sagen, dehnen dich vor dem Training leicht an, nicht aufs Maximale, so ein bisschen, dass du halt einen ganz guten Dehnenschmerz spürst und den hältst du dann vielleicht 10, 20 Sekunden, ja, so, vielleicht auch 30 Sekunden. Eine Minute wäre für mich, für mich jetzt schon fast zu viel. Also, vorm Training würde ich eher solche Sachen machen wie Ausfallschritte und halt leichte Dehnübungen, ja. Wenn ihr intensives Dehnen macht, ja, das nicht vor dem Training, das könnt ihr nach dem Training machen, aber auch nur, wenn das Training jetzt nicht so intensiv war, dass eure Muskeln komplett verkürzen, ja, dann auch nicht. Ähm, ansonsten, das Allerbeste, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr euch dehnt, dass ihr euch dafür eine Stunde am Tag extra Zeit nehmt, wie gesagt, am allerbesten vor dem Fernseher oder, oder ihr setzt euch halt einfach auf den Boden, ja. Und wenn eure Beine zum Beispiel so kaputt sind vom Training die Tage davor und ihr denkt euch so, boah, ich kann heute gar nicht dehnen, ja, dann gibt es immer noch im Oberkörper Muskeln, die gedehnt werden möchten, ja. Das, der ganze Körper hängt miteinander zusammen und es kann sein, nein, es nicht nur kann sein, es ist so, wenn ihr zum Beispiel in eurem Rücken Verspannungen und Verhärtungen und weiß ich nicht was habt und ihr im Rücken beweglicher werdet, im Rücken werdet ihr beweglicher, dann sind gleichzeitig eure Beine auch beweglicher. Oder die Arme, ja, die Brustmuskulatur, das hängt alles, der ganze Körper spielt immer miteinander zusammen und irgendwas gibt es immer, was ihr dehnen könnt, nur, es gibt nur keine Ausreden, ja. Also, wenn du den Gedanken in deinem Kopf kriegst, so, boah, ich glaube, ich sollte mich mal dehnen, irgendeinen Muskel wirst du schon finden, den du dehnen kannst und wie gesagt, wie lange du die Dehnposition halten sollst, ob du dich statisch oder dynamisch dehnen solltest, das ist immer tagesabhängig, tagesformabhängig und, ja, lerne deinen Körper kennen, lerne mit deinem Körper umzugehen und ich glaube, jetzt habe ich alles dazu gesagt, jetzt werde ich mir hier noch meinen Laserschwert berühmten Pre-Workout-Coffee reinziehen, oh, noch ganz schön heiß und dann geht es für mich zum Training und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Peace out, wir sehen uns in den nächsten Videos und bis dann.